Sabine und Markus sind Kollegen in einem Büro. In der Mittagspause besprechen sie den Wochenendplan. Hi Markus, wie geht's? Hallo Sabine, mir geht es gut. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Was hast du für das Wochenende geplant? Ich habe noch keine genauen Pläne. Wie sieht es bei dir aus? Ich denke, ich werde am Samstag ein bisschen shoppen gehen. Am Sonntag möchte ich vielleicht einen Spaziergang im Park machen. Klingt gut. Ich habe gehört, dass es am Wochenende regnen soll. Bist du sicher, dass du einen Spaziergang machen möchtest? Ach wirklich? Ich habe das Wetter nicht überprüft. Dann werde ich wahrscheinlich ins Kino gehen oder zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Ich denke, ich werde ein Geschichtenbuch lesen. Oh, ich habe viele Geschichtenbücher gelesen. Aber jetzt habe ich keine Zeit, Bücher zu lesen. Es hängt von der Länge des Buches und meiner Zeit ab. Normalerweise brauche ich etwa eine Woche, um ein Buch zu lesen. Eine Woche ist eine lange Zeit. Ich brauche normalerweise ein paar Monate, um ein Buch zu lesen. Das ist okay. Jeder hat eine andere Lesegeschwindigkeit. Wie auch immer, was hast du am Abend vor? Am Abend gehe ich mit ein paar Freunden aus. Wir werden in ein Restaurant gehen und dann etwas trinken gehen. Das klingt nett. Welches Restaurant werdet ihr besuchen? Wir haben uns noch nicht entschieden, aber wir denken daran, in ein Sushi-Restaurant zu gehen. Ich liebe Sushi. Oh ja, Sushi ist lecker. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich denke, ich werde zu Hause bleiben und etwas kochen. Das klingt auch gut. Was wirst du kochen? Ich denke, ich werde ein Curry mit Huhn machen. Es ist eines meiner Lieblingsgerichte. Das hört sich köstlich an. Kannst du mir das Rezept geben? Ja, ich kann dir das Rezept später schicken. Es ist sehr einfach zu machen. Danke, das wäre großartig. Wir sollten vielleicht auch mal zusammen kochen. Ja, das wäre toll. Lass uns das bald machen. Okay, das klingt gut. Wie wäre es nächsten Samstag? Nächsten Samstag ist gut für mich. Was möchtest du kochen? Was möchtest du kochen? Wie wäre es mit einer Pizza? Ich kann eine hausgemachte Pizza machen. Das ist super. Ich freue mich darauf. Ich auch. Es wird eine tolle Zeit sein. Auf jeden Fall. Nun, ich muss zurück zur Arbeit. Bis später, Markus. Bis später, Sabine. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Aktiviert die Glocke. Bis später, Sabine.